So meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Wackfest hier auf einem wunderschönen Kanal. Ihr seht, wo wir sind, ihr seht, was ich machen muss. Und ich sage euch gleich, es ist einfach, den immer zu crashen, es ist aber schwer. Und auf den ersten Platz zu kommen. Denn wir können nämlich hier den ersten gleich anquäschen, aber auch nicht. Müssen wir den jetzt quäschen, damit wir hier auf den ersten Platz noch kommen. Wobei, was zählt denn als quäschen? Ich glaube, wenn wir den jetzt hier mal ein bisschen mitnehmen, hat es nicht geholfen. Aber ich weiß, wir machen uns langsam kaputt. Und das ist nicht schön. Das ist das schwer, das ist das schwer. Das bin sie daran, ich habe die Gründe gerade gespielt. Ich habe in der ersten zwei Sekunden ein Person gequasht und habe auch meine Punkte dafür bekommen. Jetzt habe ich mal das Ziel erreicht. Jetzt heißt es für mich, erster Platz wäre, und das auf, jetzt auch von sechster Position auf den ersten und das in der zweiten Runde von dreien. Naja gut, das ist schwer, aber machbar. Ich bin mit einem großen Fragezeichen dran. Klar habe ich ein schlechtes Fahrzeug und so, aber guckt euch mal an, wie die fahren. Also, hmmm, wird ein enges Match. Ich weiß jetzt mal so, wie es ist. Gut, vielleicht habe ich auch keinen Plan von Autorennen. Aber es wird schon. Wir kriegen das hin. Auch wenn ich gerade keine volle Beschleunigung mehr mehr habe. Ich bedanke mich bei dem Fahrer, den ich gerade gequasht habe. Er hat mir sehr geholfen. Brüchte eine schöne lange Gerade, aber weil es immer nur die kurzen Runden sind, kriegen wir hier auf nichts hin. So. Oh, nee. Oh, nee. Jetzt kriegen wir da ja nicht mehr hin. Die Frage ist bloß... Ah, ich sage jetzt mal... Shit auf die... Paar Punkte, die wir hier nicht bekommen... Boah, nee, vergiss es. Vergiss das, Leute. Das, das mache ich. Das lasse ich nicht mit mir bieten. Das... Nee, 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 nee. Ab geht's. Äh, was zählt als Quaschen? Ich habe doch hier... Vielleicht nicht schnell genug, aber... Ich habe die doch alle hier in der Runde angequasht. Ziel erreicht jetzt. Ha! Nichts. So, ihr hässlichen Dreckigen-Spatzen. Ich kriege euch... Schon hier weg. Vieler Platz. Einmal zurücksetzen. Müssen! Alter! Alter! So, kein Impro... Und dann braucht man sie vor Mann accru und tut... Hörhörhörhörhörhörhörch- Hörhörhörhörhörhör. Ich habe nicht mit dem zweiten, dritten Platten. zu sagen ich will auf uns kommt was 6 6 das kann er schön vergessen sie ist sechster so was wir nicht ich nicht nie das könnte vergessen dass wenn sie um wieso zum platz verdient